So, hier kommen Fackeln hin, hier kommen Fackeln hin, da, was sieht besser aus, das oder, ja, das sieht einiges besser aus, ja, ich mache immer zwei, einfach der Schönheitshalber, ist so ein bisschen verschwenderisch, aber YOLO. Bauen wir da unten, da unten baue ich zu, ne, das sieht sonst ein bisschen doof aus. Ähm, so, ausgeleuchtet ist hier noch, dann Glas, haben wir hier. Ich würde sagen, ich mache hier, hier die vier, mache ich alles Glas rein, aber ich muss mich irgendwie da einbullen, dass nicht das ganze Haus wieder unter Wasser steht. Da muss ich hier zwei Fackeln setzen, zum Arbeiten. Ähm, habe ich, nein, das ist alles, was ich habe, okay. Ich hoffe, das reicht hier so, wenn nicht, steht gleich unser Haus unter Wasser. Hä? Ah, man kann es sagen. Doch, es reicht. So, perfekt. So, peng, 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 peng. Da, da, da. Da, da, da. Man sieht so übel viel, ne? Aber es ist besser halt, als hier alles so, so eingepfercht. Sieht so aus wie so ein Kerker. Eine Schaufel ist im Arsch. Mal wieder. Mal direkt zwei. So, hier, eins, zwei, drei, vier, auch vier, alles klar. Nein, du schwimmst hier nicht rein. Psch. So. Sieht das Haus doch schon einiges freundlicher aus. Findet ihr nicht? Langsam wieder hell. Eins, zwei, drei. Okay, hier werden es nur drei. Schöne Jazzmusik. Hier könnten wir auch noch was reinzimmern, ne? Mach ich auch. Nein. Bis zum nächsten Mal. Nein, ich hab die Fackel abgehauen. So, da komm ich ran, da komm ich ran, da komm ich ran. So, holen wir uns das Holz zurück. Und jetzt können wir hier... ...failen. Hä? Ich hatte doch noch viel mehr in der Hand. Arschel? Hä? Hä? Bin ich grad irgendwie dumm? Naja. So, so sieht das Haus doch schon einiges freundlicher aus. So lässt sich's wohnen. Kann ich das so machen? Jo, kann ich. Sehr schön. Hier kommt das Zeug, dann kommt das. Geht das? Tatsache. Tatsache. So, dann gib mir mal bisschen Holz. Hä? Hä? Erst Holz raus machen. Und jetzt machen wir Zäune. Eigentlich hätte ich nicht so viel gebraucht, ne? Egal, Zäune kann man immer benutzen. So. So. Failed. Again. Ähm. Gut. Wir machen das Beet bis... So. Handgelenk mal Pi. So. Wie? Das? Ja. Das muss reichen. Komm. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Machen wir hier oben auch noch ne Workbench. So. Guckste hier. Zack. Zack. Wenn ich es mir so überlege, machen wir direkt bis zu zwei. Eine, um hier rauszukommen. So. Ich bin so ein Dumpfbeutel heute, ne? Und ich mache noch zwei Türen. Zwei stinknormale Türen. Weil die Viecher sonst zu dumm sind, um da reinzulatschen. Welche Seite ist jetzt die Frage? Beide müssen wir... Ja. Wir haben ja genug Zaun, ne? Ähm. Da hinten sind die Schweine. Also kommen die Türen hier rein. Kann man hier durch? Ne, kann man nicht. Sehr schön. Machen wir das hier zwei hoch. Sonst sieht's A dumm aus. Und B können sonst irgendwelche Viecher hier rüber. Und B können sonst irgendwelche Viecher hier rüber. Bäm. Bäm. Das ist Maßarbeit, ne? Das ist Maßarbeit, ne? Jetzt brauchen wir noch so einen. Zack. Und dann können wir hier auch schon anfangen mit dem Planieren. Stimmt. Und Moment. Moment. Und Momento. Da schwemmt unsere ganze Bude, ne? Nein tut das nicht. Das ist gut. Nur weil da drunter nichts mehr war. Na. Jetzt weiß ich auch wieso. Na du dummer Oktopus. Oktapussy. Aber da reicht nichts zum Bewässern. So. Wir haben doch... Genie. Wir haben doch bestimmt nen Eimer. Die Sonne geht wieder unter. Mist. Aber komm, dort schaffen wir noch. Renn Forest. Lauf Forest. Lauf. 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 Helmut. Lauf. 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 leaar. Lauf. Pille. Bis wohin bewässert er, das will ich jetzt mal wissen. Fünf Blöcke, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe. Ja genau, fünf Blöcke. Bis hier hin. Nein, vier Blöcke. Verarschen. Ja, vier Blöcke in dem Fall. Ja, vier Blöcke bewässert er. Jetzt kommt meine Parade-Disziplin. Fackeln aufstellen. Und danach würde ich sagen, ist für heute dann aber auch gut. Dann machen wir Schluss für heute. Zack. Da kommt nämlich auch schon das erste Vieh angebrüllt. Den haue ich außen ran. Sieht besser aus. Zack. Zack. So. Ich bräuchte Fackeln. Ähm. Jetzt sagen wir verarbeiten mal so ein ganzes Stack. zu Kohle. Holzkohle. Ich bin Genie. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich bin einfach nur der schlauste Mensch, den die Welt je gesehen hat. Schlauer als ich, das geht einfach nicht. Ist nicht möglich. Nein. Ich bin natürlich extrem dumm. So. Aber ich würde sagen, das war's für dieses Mal von Let's Play. Warte. Erst mal noch was essen. Erst muss der Hunger noch gestillt werden. Dann können wir Feierabend machen. Aber erst was essen. Weil wir so viele Suppen haben. So. Jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wieso euch der Part nicht gefallen hat. Und schreibt am besten direkt einen Verbesserungsvorschlag dazu. Also. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal Leute. Arrivederci. Euer Mr. Swisszucker. Ciao.